Seit 1921 sorgt Holzschröer für mehr Freude am Zuhause. Auf über 25.000 Quadratmetern bietet das Familienunternehmen Holz fürs Haus, die Wohnung und den Garten. Als Ihr Holzfachmarkt mit einer der größten Fußbodenausstellungen am Niederrhein finden Besucher eine große Auswahl an Echtholzböden, innovativen Designböden, Parkett- sowie hochwertigen Massivholzdielen. Moderne Gestaltungselemente und Innentüren runden das Sortiment für den Innenausbau ab. Auch für draußen bietet Holzschröer ein ausgewähltes Sortiment. Von maßgefertigten Gartenhäusern, Carports, Fassadenhölzern, modernen Zäunen, Gartenmöbeln bis hin zu pflegeleichten Terrassendielen. Zusätzlich genießen Kunden den Vorteil einer zuverlässigen und schnellen Lieferung von Bau- und Schnitthölzern sowie Hobelwaren oder Plattenwerkstoffen. Für mehr Freude am Zuhause besuchen Sie Holzschröer, Ihr familiärer Holzfachhandel in Dingden.